Für alle, die nicht nur wegen der Musik hergekommen sind, heute Abend für Sie ein auch optischer Leckerbissen, Helga Pedersen! Wenn das losgeht, mal sagst du noch einmal vorher, damit ich mich hier gar nicht schaffe. Eins, zwei, Viertel vor drei. Ja, ich steh hier an der Tür und du sitzt da an der Bar. Darf ich mich wohl zu dir setzen, Goldschatz? Mein Freund, der ist gerade im Waschraum und der ist 1,95 und trägt immer eine Pistole, ne? Oh. Also ich geh jetzt in den Waschraum, greif mir deinen Freund, klau ihn die Pistole, setz mich zu dir hin. Und dann, darf ich dir dann einen ausgeben, Goldschatz? Ich trinke nur Champagner, 1908 Rosé, der kostet 72,80 Mark die Flasche. Oh. Also ich geh jetzt in den Waschraum, greif mir deinen Freund, klau ihn die Pistole, setz mich zu dir hin, kauf dir eine Flasche von diesem Champagner, 1908 Rosé, 72,80 Mark. Darf ich dich dann nach Hause fahren, Goldschatz? Ich wohne auf Helgoland. Also ich geh jetzt in den Waschraum, greif mir deinen Freund, klau ihn die Pistole, setz mich zu dir hin, kauf dir eine Flasche von diesem Champagner, 1908 Rosé, 72,80 Mark. Fahr mit dir nach Helgoland, darf ich dann mit zu deinem Haus, Goldschatz? Also wir wohnen direkt an der Style-Küste und wir haben eine große Duckel- und Selbstschutzanlage und Starreldraht, ne? Oh, also ich geh jetzt in den Waschraum, greif mir deinen Freund, klau ihn die Pistole, setz mich zu dir hin, kauf dir eine Flasche von diesem Champagner, 1908, 7,72,80 Mark, fahr mit dir nach Helgoland, erklimme die Klippen, nimm mir eine Selbstschutzanlage, erschieße deine Duckel, schneide mich durch die Stacheldraht, nimmst du mich dann mit rein, Goldschatz? Ja, es ist ja auch schon ziemlich spät, nicht? Und dann wollte ich ja gerne noch meine Haare waschen, nicht? Und mein Vater, der tapeziert gerade den Flur und der ganze Fußboden ist voll Papier, auch und mein kleiner Bruder, der übt immer Klavierspielen und ist ja auch schon ziemlich spät. Äh, du, du willst nicht, dass ich dich nach Hause bringe, oder? Also das ist ja auch schon ziemlich spät, nicht? Und dann wollte ich ja so gerne meine Haare waschen. Äh, du, du, du stehst nicht auf mich? Doch, aber guck mal, das ist ja schon ziemlich spät. Ja, ist gut, vergiss es. Ja, ist gut, vergiss es.